Hallo Afrobs. Willkommen bei Priex ganz fix. Ich bin der Marco und heute geht es um Hunde. Frechheit, es geht nicht nur um Hunde. Ja stimmt, es sind auch Katzen dabei. Ich habe mal wieder ein paar Diamond Blocks Sets für euch. Drei habe ich aufgebaut und jede Menge stehen hier noch. Kleine, süße Tiere. Das hier ist eine Serie, die wir schon länger haben. Hier sieht man auch noch mehr von den Diamond Blocks Noppen. Es sind aber auch schon solche Slopes mit an Bord. Kleine Hunde, alle für 9,95. Und ein paar größere Katzen, die kosten jeweils 16,95. Diese drei kleinen Sets von Moyu kosten jeweils 9,95. Hier sieht man bereits fast keine Noppe mehr. Alles mit Slopesteinen schön abgedeckt. Und diese neue Serie von Badodi liegt jeweils bei 11,95. Die Hunde haben alle was Schickes an. Und drei von den Sets habe ich aufgebaut. Die schauen wir uns jetzt noch genauer an. Er hat einen schicken Pulli an mit einem rot-weißen Halstuch. Er hat sich ganz fein rausgeputzt, sogar mit Fliege. Er hier hat auch einen Hundepullover mit einem Herz auf der Seite und trägt eine Blume in seinem Maul. Falls ihr den Hund lieber ohne Blume hättet, ist gar kein Problem. Die lässt sich abnehmen. Die Bauanleitung ist wieder ein großes doppelseitiges Faltblatt. Das geht schön Ebene für Ebene nach oben. Und das Set ist leicht aufzubauen. Die verschiedenen Winkel, die Diamondblocksteine jetzt mittlerweile haben, habe ich euch im BricksGansFix-Video zu den Dinos bereits gezeigt. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.